Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier am Möhnesee. Ich bin heute morgen losgefahren. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal am Strand. Schönes Wetter. Es ist warm draußen und ich sage mal kurz Möhnesee und den Steinufer, am Südufer, wo ich bin. Ach so, ja und ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ein Mountainbike, weil mit dem BMX-Rad hierher zu fahren, ist mir zu heftig. Sie haben mir gedacht, ich komme mir mal ein Mountainbike, fahre damit dann hierher. Schönes Wetter und so. Ich wollte euch ein paar Typen zeigen, wie man am Strand sein könnte, was für Leute es am Strand gibt. Der Insektenhasser. Der Insektenhasser. Der Insektenhasser. Der Insektenhasser. Der Sonnenbadair. Der Unruhige. Der Schläfer. Der Schüttler. Der Schüttler. Der Kuhle. so jetzt gehe ich noch einmal runter am wasser, zeige euch noch mal bestimmt was und dann werde ich bisschen schwimmen gehen was ich allerdings hier nicht so mag ist das wasser bisschen schmutzig stinkt ein bisschen und steinstrand ich hasse steinstrand los kommt mit so ich bin jetzt hier am wasser wenn ihr sehen könnt da hinten ist die spermauer da hinten ist die spermauer, da sind die säge und da ganz hinten ist porno beach wie die leute das hier so netten das ist der fkk am strand guck mal wie eklig das wasser hier ist aber naja ist naturgewässer ist halt kein heimbad, freibad, spaßbad wie auch immer naturgewässer aber trotzdem sehr schön hier ich bin gerne hier auch wenn es die drei sachen gibt die ich nicht mag wie steinstrand stinkendes wasser und schmutziges wasser so dann wird hier abends immer gegrillt oder feuer gemacht hier gegenüber ganz viele kippen rum naja so ich hoffe euch hat das video gefallen ich werde euch verlinken auf der rechten seite mit meinen youtube kanal und auf der linken seite mit ein anderes video was ich schon mal gemacht habe ich hoffe wir sehen uns nächstes mal ich denke mal mittwoch donnerstag kommt mein nächstes video aus bis dahin viel spaß wüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.